Wie es sich anfühlt, jung schwanger zu werden, weiß Cheyenne Ochsenknecht nur allzu gut. Mit gerade einmal 20 Jahren erwartet sie mit Freund Nico ihr erstes gemeinsames Kind. Bereits seit November ist die Schwangerschaft der Bloggerin bekannt. Seitdem ist Cheyennes Bauch gewachsen und gewachsen. Zuletzt präsentiert sie ihre Kugel unter einem langen, dicken Wintermantel. Doch die Influencerin muss viel Kritik einstecken und kämpft immer wieder mit Mobbing im Netz. Kein Wunder, dass dabei Schwangerschafts-Updates zu einer Rarität werden. Unterkriegen lässt sich die 20-Jährige aber nicht so schnell. Auf ihrem neuesten Posting grinst sie glücklich in die Kamera und hält schützend ihre Bauch mit einer Hand fest. Hier sieht man ganz deutlich ihre zuckersüße XXL-Kugel. Da kann es nicht mehr lange dauern, bis der kleine Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Die Fans scheinen über das Update ganz aus dem Häuschen zu sein. So eine tolle Kugel und super schöne Mama, heißt es unter dem Schnappschuss. Da darf sich auch Mama Natascha sicherlich bald über ihr erstes Enkelkind freuen. Da darf sich auch Mama Natascha sicherlich bald über ihr erstes Enkelkirchen. Da darf sich auch Mama Natascha sicherlich bald über ihr erstes Enkelkirchen. Da darf sich auch Mama Natascha sicherlich bald über ihr erstes Enkelkirchen.